Willkommen hier wieder zurück auf meinen Kanal. Heute in diesem Video erkläre ich euch wie easy unter die 10 Leute kommt. Also ich werde Top 10. Dafür möchte ich nach Dirty Dogs. Dirty Dogs looted ihr Mets, Waffen und weitere Spieltränke oder Midi-Klits. Das ist ganz einfach gesagt, ihr looted macht auf entspannte Basis und ihr werdet unter die Top 10 Leute kommen. Natürlich kann es auch vorkommen, dass Leute dazukommen. Egal was ist, da gibt es Leute. Egal was. Ein Schrank, ein Blech, irgendwo. Ihr müsst alles da abmachen, dass ihr, wenn ihr weggeht von Dirty Dogs, mindestens 500 Mets habt. Ihr könnt natürlich auch woanders lernen, da könnt ihr auch ein Ufer finden. Diese Sachen werde ich euch hier mal hinschreiben. Da könnt ihr auch hin, wenn ihr sagt, nee, das ist wie nix. Ich will mehr Kills machen und so. Das ist für die nicht so guten Leute, die sagen, ah, ich bin nicht so gut. Ich quitte fast jede Runde raus, weil es keinen Spaß mehr macht. Forteit macht keinen Spaß mehr, nur noch später. Dann ist das das Richtige. Du landest Dirty Dogs und hier siehst du das Ufer. Es ist immer da, egal wann. Mit diesem Ufer fliegst du ganz nach oben. Also so gesehen, es war jetzt ein Update und du kannst nicht mehr draufstehen. Sobald du draufstehst, fliegst du auch runter. Und also musst du in der Bewegung bleiben. Also lande am besten auf so einen Mast. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ist ja auch das Ziel des Videos, dass du keine Kills machen musst, sondern einfach nur gewinnen kannst, ohne ein paar Kills zu machen. Also nur 4, 3, 2 Kills, weil manchmal ein Gegner kommt oder einer, der sich runterzieht und der du den ganz schnell klappst. Du musst nichts können. Du machst einfach das, was du immer machst. Du kämpfst in dein Ufer, liegst so hoch, wie du kannst und mehr musst du nicht machen. Wie jetzt? Ich wurde erst runtergeschossen, aber ich bleib ruhig. Ich mach auf entspannte Basis. Dann wurde ich nochmal angeschossen. Ich verkehre mich hinter dem Mast, also vom Fuß des Mast. Der Gegner kommt, denkt so, ach, jetzt klapp ich ihn. Aber ich bin nicht da, weil ich mich hinter versteckt hab. Weil ich wusste, er kommt, weil ich ihn ja schon gesehen hab davor. Dann dachte ich, ach, ich schieße ihn mal an. Das war jedenfalls eine ganz schlechte Idee, meine Freunde. Viel Spaß mit dem Video. Ich rede jetzt nicht mehr. Haut rein. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war meine Tipps. Viel Spaß mit dem Video mal sehen, wer gewonnen hat. Schaut bis zum Ende. Das war meine Tipps. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.